Und wieder bei Super Mario World. Wir machen jetzt hier unten weiter bei dem Spukhaus, Geisterhaus. Wieder mal Oniyoshi. So, hier ist ein Geisterkreisel. So. Ein bisschen warten. Und fliegen können wir auch. Aber hier müssen wir rein. So. Nein, ich will über die Feder behalten. Ui, das war knapp. So. So, hier ist ein Schalter. Für diese Tür. Und das war es schon. Ja, die Geisterdinger gehen immer schnell. Sehr schnell. Und jetzt kommt, glaube ich... Oh, das war nicht das Secret. Das Secret muss ich noch machen. Wo war denn das? Ah, ich weiß schon. Ich weiß schon. Da muss ich nämlich wieder fliegen. Also, es ist gut, dass ich jetzt hier eine Feder habe. Nein, nein. Nein. Gerade noch gerettet. Ui, ui, ui. All die darf ich jetzt nicht verlieren. So. Und zwar muss ich erstmal die beiden Geister hier hochlocken. Und dann muss ich hier fliegen. Yeah, perfekt. Oh, genau. Ach, genau. Ich muss den Schalter mitnehmen. Oh, das war riskant. Und hey. Dann ist hier eine Tür. Genau. Das ist das eigentliche Secret. Und jetzt kommt sogar ein Gegner. Wow, bam. Hey. Einmal noch. Alle guten Dinge sind drei. Glaub ich. Ja, genau. Und das war's. So, jetzt sind wir hier im Stern-Level. Das mache ich aber erst fast zum Schluss. Ja, so sieht's aus. Aber es interessiert erstmal nicht. Das kommt später. So, hier geht's dann erstmal woanders hin. Ich mache hier oben weiter. Mit dem nächsten Level Donut Plains 3. Oder 3 oder wie auch immer. Und das ist wieder so ein Level. Ach, doch nicht. Okay, man kann sich frei bewegen. Gut. Hier ist eine Feder. Ey. Hiermit kann ich, glaube ich, fliegen. Ja, genau. Dummi-Dummi-Dum. Nein. 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 Scheiße. Hoffentlich lande ich jetzt nicht irgendwo. Wo ich nicht. Lande. Nein. Oh. Wie knapp das war. Höh. 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 Und ein paar Sachen. Ist doch kein Ding. Und zwar. So. Und Yoshi. Und dann nochmal das Ganze. Wow. Nein. Nein. Ach Gott. Yoshi duckt dich doch mit, wenn ich mich aufflüsse. Wow. Yeah. So. Den hauen wir weg. Wo wir gerade gefehlt haben. Wo wir gerade gefehlt haben. Was. Hier gibt es ja kein Secret, weil das ja ein gelbes Level ist. Wie man sieht. Und das nächste. Kurz vorm. Castle. Ach hier, mit dem kann ich stampfen. Bam. Bam. Und fliegen. Und jetzt kann ich auch schon nicht mehr fliegen. Aber jetzt wieder. Ne, egal. Ich geh lieber so durch. Hier sind diese Eisdinger. Eiskleinbar oder genau. Was ist das? Hammerwerfer. Eishammerwerfer. Egal. Leben der Äpfel gibt es auch. Ja. Oder was das sind. Auf jeden Fall keine Gumbas. Oder sind das Gumbas? Ja, klar sind das Gumbas. Nein. Oh, je, je, je. Das wäre auch geschafft. So, Mortens Castle. Mal wieder ohne Yoshi. Ja, ja. Ach hier. Ich kann auch nicht wissen, wie sie jetzt heißen. So. Wump oder so heißen die. Oder, oder. Keine Ahnung. Und Knochen trocken. Oder Bone Dry. Oder wie die auch heißen. Wie auch immer die heißen. Und 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 noch geschafft. Ja, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Bäm. Oh nein, wie kommen wir hier hoch. Ah, okay, so. Tschüss, Leute. Und rein hier. Oh, je. Und Bäm. Und Bäm. Bäm. Ja, das war's. Schwer, ich weiß. Ja. Das zweite Schloss fertig. Was passiert jetzt? Thank you. Kickt der da eben so ein Schloss um? Alles klar. Los, weiter, 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 weiter. Und wir gelangen im Berg. Sails. Ja, wir haben eigentlich alles fertig. Nein, noch nicht ganz. Erstmal muss ich hier in die Röhre. Oh, die letzte Welt, die letzte Welt. Aber ruhig, ruhig, ruhig. Wir sind erstmal hier oben und können gar nicht mal da hinten hin. So, erstmal das Level machen. Eis. Zum ersten Mal Eis. So, ein bisschen durchflying hier. Oder wie das auch heißt. Durchfliegen. Ah. Oh, scheiße. Das war knapp. Aber jetzt ist mein Yoshi weg. Nein. Noch ein. Boah. Wie schnell er rennt. Ach. Erstmal sonnen. Ja. Und jetzt sind wir auch hier fertig. Und jetzt haben wir hier den Weg freigeschaltet. Jetzt leuchten die Pfeile. Oder sind markiert oder so. Und jetzt kann man eigentlich in Ruhe weiter machen. Im neuen Yoshi holen. So. Und das seht ihr, Leute, im nächsten Part. Ja, dann mach ich die Hülle fertig im nächsten Part. Bin nicht scharf, glaub ich. Und ja, bis zum nächsten Part halt. Tschüss.